Hallo meine Damen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Ich bin das erste Mal wieder auf dem Weg aufs Velo seit Corona. Drei Wochen war ich jetzt gar nicht auf dem Velo. Ganz easy, chillig, meine Leistung ist noch gleich null. Einfach wieder mal aufs Velo sitzen, einfach wieder mal raus. Ich freue mich richtig. Das schönste Wetter. Es ist ein wenig kühl, ein Windertracht, aber scheissegal. Hauptsache raus. Bleiben dabei. Ich wünsche euch viel Spass. Sie begleiten mich auf diesem kleinen Ritt, sage ich mal. Und dann sehen wir wieder. Ich wünsche euch viel Spass. Peace. So, wenn ihr sehen würdet, wie ich strahle. Ich habe an Darren sein ORB an. Und bin richtig glücklich, mal mit ihm zu fahren. Sehr nice. So. So. Das tun wir. Und Aaron's Bike. Ranser-Spritz. So. 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 Andeinsch Clean Yeah zijn. Oh, ein bisschen leeres machen. Oh, shit! Das ist ein Mann! Insert! Ah, wie geil ist das heute mal einen Trail zu fahren Bis zum nächsten Mal